Jetzt guck dir das mal an. Oh mein Gott! Sie wollte das so! Was machst du denn für ein Mist? Ich habe mein Leben gerettet, das ist alles. Die Festplatte ist weg, schnell zum Hintereingang! Ich wollte nur sagen, dass hier irgendwas steckt. Seit wann steht so ein Quatsch in der Zeit? Üble mafiöse Typen wollen sie erwischen, bevor sie entfischen können. Ich habe deine Festplatte. Ich finde dich. Noch bevor es dunkel wird. Was wissen wir über sie? Sie ist nicht auf den Kopf gefallen. Und woher wissen wir das? Immerhin atmet sie noch. Ach, wer seid ihr zwei? Was habt ihr zwei damit zu tun? Was habt ihr hier verloren? Wir sind Privatermittler. Bitte, entschuldigt. Mann, wieso finden das alles so lustig? Ich muss wissen, wo sie ist. Sie sagt alles, was ich weiß. Es besteht die Möglichkeit, dass sie mich anüben. Wenn sie redet, kannst du dir mit unseren Raketenverträgen den Arsch abwischen. Sie werden dich finden. Wir müssen dich hier wegbringen. Nicht schön. Gute Arbeit, Helen. Das Geld ist morgen auf deinem Konto. Helen ist jetzt raus. Helen war eine gute Soldat. Wir holen jemand anderes ran. Er hat gesagt, sie wären so etwas wie ein Terrorspezialist. Den finde ich großartig. Wir sind die einzigen Mitwisser, was diese Festplatte betrifft. Wenn wir sie nicht wiederkriegen und an die Öffentlichkeit bringen, sind wir alle tot. Wir sind jetzt raus. Was wollt ihr?